Ich möchte einen Pullover kaufen Der Aufzug ist links. Die Toiletten sind rechts Die Schuhe sind sehr billig. Die Jeans sind für meinen Partner. Jeans Meine Schuhe sind neu und toll. eine Worte machen und nicht hatten Toll Das Sakko ist wirklich schick Schick Wo ist der Aufzug? Die Schuhe sind zu groß Die Toiletten sind hier Ich möchte einen Pullover kaufen Die Jeans sind für meinen Sohn 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 Oktober. Englisch. Kellner. Anwalt. Kalt. Ich habe am 19. September schon Pläne. Ich habe am 19. September schon Pläne. Beginnt. Oktoberfest. Am 19. September schon Pläne. September. Willst du mich im Oktober besuchen? O. Das Spiel Endet Um Wir möchten dieses Jahr zum Oktoberfest gehen. Was machst du am 19. September? September. November. September. 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 Das Oktoberfest beginnt nicht am 18. September. Das Oktoberfest beginnt nicht am 18. September. Wir möchten zum Oktoberfest Oh. Das Spiel endet um 8 Uhr. Oh. Das Spiel endet um 8 Uhr. Oktoberfest. Oktoberfest beginnt das Oktoberfest im Oktober. Oktoberfest im Oktoberfest. Oktoberfest. Oktoberfest beginnt am 19. September. Das Konzert endet um 10 Uhr. Das Konzert endet um 10 Uhr. Die Party endet um 2 Uhr nachts. Das Oktoberfest beginnt nicht im Oktober. Wir gehen dieses Jahr zum Oktoberfest. Das Oktoberfest beginnt das Oktoberfest am 19. September. Willst du mich im Oktober besuchen? Die Party endet um 2 Uhr nachts. Das Konzert endet um 10 Uhr. Die Party endet um 2 Uhr nachts. Willst du mich im Oktober besuchen? Das Oktoberfest. Das beginnt das Oktoberfest am 19. September. Untertitelung des ZDF, 2020 Sind ihre Mitbewohner zu laut? Alex und Paul Sind Deutsche Ihre Ihr Deutsche Oma und Opa, seid ihr Deutsche? Meine Mitbewohner sind Amerikaner Sind ihre Eltern Amerikaner? Ihre Freunde sind lustig und nett Alex und Paul, seid ihr Deutsche? Seine Mitbewohner sind Amerikaner Wie alt sind seine Eltern? Wie alt sind seine Eltern? Mein Meine Eltern sind Amerikaner Seine Freunde sind nett Seine Freunde sind nett Hanna und Peter, seid ihr Amerikaner oder Deutsche? Ja Hanna und Peter, seid ihr Amerikaner oder Deutsche? Hanna und Peter, seid ihr Amerikaner oder Deutsche? Hanna und Peter, seid ihr Amerikaner oder Deutsche? Seine Mitbewohner sind Amerikaner? Seine Mitbewohner sind Amerikaner Sind ihre Eltern jung oder alt? Alex und Paul, seid ihr Deutsche? Hanna und Peter, seid ihr Deutsche? Alex und Paul seid ihr Deutsche. Alex und Paul seid ihr Deutsche.